Jürgen Amo! Jürgen Amo! Jürgen Amo! Jürgen Amo! Die Regionalliga am Nord-Ost, Falkenheim, Albersaad und BFC Dynamo am Ende der erwartete Favoriten-Sieg mit 2-2-3-1. Wir wünschen Ihnen einen schönen Freitagabend, guten Heimweg nach nah und fern, Pressekonferenz in ca. 20 Minuten auf der Autopäne in der Gastro. Schönes Wochenende, wünscht werden wir beim Sprecherplatz. Bis demnächst. Tschüss. Ohohoho! Hey, 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 hey! Studi am Nord! Studi am Nord! Studi am Nord!